In diesem Video geht es um den Marienkäfer. Ich erkläre dir, wie er aussieht, wie und wo er lebt und warum er bei der Bekämpfung der Blattläuse eine wichtige Rolle spielt. Marienkäfer haben eine runde oder ovale Form und sind in der Regel zwischen 5 und 10 mm lang. Sie haben eine glänzende Oberfläche. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Mustern, darunter Rot, Orange, Gelb und Schwarz. Die meisten Marienkäfer haben auch schwarze Flecken auf ihren Flügeldecken, die je nach Art variieren können. Es gibt weltweit mehr als 5000 Arten von Marienkäfern, von denen viele in Europa, Asien und Nordamerika heimisch sind. Zu den bekanntesten Arten gehören der Siebenpunktmarienkäfer, der asiatische Marienkäfer und der Zweipunktmarienkäfer. Marienkäfer leben in verschiedenen Umgebungen, darunter Wälder, Wiesen, Gärten und landwirtschaftliche Gebiete. Sie ernähren sich hauptsächlich von Blattläusen und anderen kleinen Insekten, die sie mit ihren Mundwerkzeugen zerkleinern. Während des Winters suchen Marienkäfer oft Schutz in warmen Orten, wie beispielsweise in Gebäuden oder unter Steinen. Einige Arten wandern auch über große Entfernungen, um bessere Lebensbedingungen zu finden. Marienkäfer legen Eier auf Pflanzen, die von Blattläusen befallen sind, damit die Larven, die aus den Eiern schlüpfen, sofort Nahrung zur Verfügung haben. Die Larven durchlaufen mehrere Entwicklungsstadien und häuten sich dabei regelmäßig, bevor sie sich schließlich in Puppen verwandeln. Die meisten Marienkäferarten haben mehrere Generationen pro Jahr. Die Lebensdauer der erwachsenen Käfer variiert je nach Art, aber in der Regel leben sie zwischen ein und zwei Jahren. Marienkäfer sind ein wichtiger Teil des ökologischen Gleichgewichts. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Blattläuspopulationen, die Pflanzen schädigen können. Marienkäfer sind auch ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette für andere Tiere, wie zum Beispiel Vögel. In einigen Kulturen gelten Marienkäfer als Glücksbringer und werden oft mit Wohlstand, Liebe und Glück assoziiert. Einige Marienkäferarten sind vom Aussterben bedroht, insbesondere aufgrund von Lebensraumverlust und der Verwendung von Pestiziden in der Landwirtschaft. In einigen Regionen sind invasive Arten wie der asiatische Marienkäfer auch zu einer Bedrohung für einheimische Arten geworden.